... Dieses galabierende, wunderschön aufgemachtene BKS-Motor, das ist Bewegungsqualität allererster Füge und das ist der Sprechgeber. Wir geben jetzt die Zeit und die Zeit, die den Helm und den Kopf haben, die Menschen leider sagen, wenn sie die Grenze starken, die dort nicht recht jahre oder am Dörterhör im Kürz und die Stichwort letztes Jahr ausvertausten. Ja, das ist sensationell. Perrin und Baby, das ist nicht mehr. Wenn man dieses Bild sieht und wenn man die tollen Bilder in den Kopf hat, wird einem nicht mehr als die Pferdekochte noch eingefahren. Alles steht auf der Fall. Pferdekochten gespahen, eine Klasse für sich. Ich glaube, dass diese selten Hilfsaugel kann man fertig hier herübernehmen. Mit Leuten, die eine Tocht- und Tochtartikin, gehören uns die große Kuchen. So, wenn man ein Böger steht, von allen seinen Händen, doch noch einmal hier zuhören, Also, jetzt werden wir alle ein- und Tochtartikin, doch noch einmal hier. Aber stimm mal auf, das ist nicht mehr, die die Schöne, die die Schöne sind. Die Schöne sind hier, die Schöne sind hier. Da haben wir eine Schöne, die Schöne sind hier, die Schöne sind hier, die Schöne sind hier, die Schöne sind hier. Und dann sind wir auch bereit und steigen hier auf den Grantholhof. Stimmen! Stimmen! So, können wir uns einmal ein bisschen nebenan stellen? Ja da sind wir hier! Ja, ist das schön hier! Wir wollen auch machen! Das sieht schon aus! Das ist auch nicht so gut! Hier ist es so gut! Diese Menschen, die wir empfangen, dort sind die Aufmerksamkeit. Das ist die Aufmerksamkeit. Es ist schön! Das ist die Aufmerksamkeit. Das ist eine Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist es ein Urlaub!